Hallo meine lieben Löwen, der Leon meldet sich hier mit einem kurzen Infovideo. Die meisten von euch sollten ja wissen, dass ich morgen Geburtstag habe und endlich 21 Jahre alt werde. Und für alle, die meinen Kanal in den letzten 6-8 Monaten verfolgt haben, werden es mit Sicherheit ja mitbekommen haben, dass ich zu meinem 21. Geburtstag geplant hatte, mein erstes Musikvideo online zu bringen. Und ich weiß, dass die meisten von euch extrem drauf freuen, dass die meisten von euch extrem gehypt sind und sich mega auf morgen freuen. Allerdings muss ich euch leider mitteilen, dass das Musikvideo morgen nicht online kommen wird. Es fehlen leider noch 3-4 kleine Szenen in diesem Video. Zudem fehlt mir noch ein Design von meinem Designer, was auch noch nicht ganz fertig geworden ist. Deswegen muss ich euch leider enttäuschen, dass das Musikvideo bitte morgen noch nicht online kommen. Das ganze Team ist natürlich bemüht, das Ganze so schnell wie möglich fertigzustellen, weil ich freue mich mega und ich habe mega Bock, das Lied endlich hochzuladen. Und die meisten von euch geht es ja auch so. Deswegen, wir sind allesamt bemüht, so schnell wie wir können, an diesem Video zu arbeiten. Ich hoffe, dass es am Wochenende dann kommen wird. Ich werde euch natürlich auf dem Laufenden halten, sobald es fertig ist. Ich wollte es euch nur ganz kurz mitteilen, nicht, dass der ein oder andere sich da morgen wundert, dass das Video nicht kommt. Ich hoffe, ihr seid nicht böse. Ich hoffe, ihr könnt es verstehen. Ich bin jetzt auch von 8 bis 16 Uhr jeden Tag arbeiten. Von daher ist halt auch nicht dann immer viel Zeit zum Drehen und so. Ja, ich hoffe, ihr könnt es auf jeden Fall verstehen an der Stelle. Ich werde euch, wie gesagt, informieren, wenn es endlich online kommt. In der Zeit verlinke ich euch hier gerne mal andere Videos, wo ich auch gesungen habe. Vielleicht interessiert es euch ja mal. Und da könnt ihr ja gerne draufklicken. Ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Video, wenn es eventuell schon das Musikvideo ist, beim Musikvideo. In dem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Abend und eine schöne Restwoche. Und bis dann, macht's gut und ciao.